Das Geburtshaus von Joachim Ringelnatz war eine von drei Stationen, welche die Staatsministerin für Kultur und Tourismus, Barbara Klebsch, auf ihrer Regionalreise im Landkreis Leipzig besuchte. Am Nachmittag des 15. Juni sprach die Ministerin mit Dr. Viola Hess, der Vorsitzenden des Ringelnatzvereins, über die Entwicklung des Hauses als Forschungs-, Begegnungs- und Veranstaltungsstätte. Der Ringelnatzverein hat sich der Pflege des literarischen Erbes des Dichters verschrieben. Im Beisein von Oberbürgermeister Marcel Buchta und Landtagsabgeordneten Kai Ritter besichtigte Barbara Klebsch das frisch sanierte Geburtshaus des Dichters. Dabei erfuhr die Ministerin, dass es neben kulturellen Veranstaltungen ständig drei Ausstellungen gibt. Die Präsentation im Lesecafé widmet sich dem kreativen Schreiben von Kindern. Im Obergeschoss beschäftigt sich die Ausstellung vom Grostigall nach überall mit Ringelnatz und seinen Auftrittsorten. Eine weitere zeigte Radierungen von Eberhard Dietl aus dem Buch »Der Nasenkönig mit Ringelnatz-Texten«. Weiterhin besichtigte die Ministerin den Veranstaltungssaal mit originalbarocker Wand und auch den Ringelnatzpark mit Sichtachse zur Wurzner Altstadt. Im Anschluss daran besuchte die Ministerin die Ferienwohnungen Ringelnatz und Lichtwehr in Wurzen und mit ihnen einen der frisch gekürten Preisträger des Wettbewerbes Gästeliebling Sachsen. Vor Ort informierte sich Klebsch bei Preisträger Holger Kühne über das Haus und aktuelle Entwicklungen im Tourismus. Sie nutzte die Gelegenheit, einen Blick in die Ferienwohnungen zu werfen und zu einem Gespräch mit Gästen des Hauses. Abschließend reiste die Ministerin weiter zum Landschaftspark Karnitz, der letzten Station ihrer Tour. Hier informierte sie sich über die Aktivitäten des Viertervereins Landschaftspflegeverband Mittleres Moldegebiet e.V. und zur Entwicklung des Parks als kulturelles und touristisches Ziel. Und zur Entwicklung des Vierteres Moldegebiet e.V.